Ok. Ich schicke sie sie. Das klappt so laut. Ist das so? Ja. Das sollte man. Aber das geht nicht. Den Bottendeckel. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben jetzt schon 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aber das kann man nicht verlangen. Das geht nicht. Das ist es. Das ist eigentlich Papier. Beschichtetes Papier. Was unter dem Strich eine Dichtung ist. Ja. Beim Nutella leise ich zum Beispiel. Nutella Deckel. Ist innen ein Pappendeckel. Wenn man das Nutella zuhause aufmacht. Sollte man den Pappendeckel weggeben. Das macht die wenigstens nur.